Um das ganze Land Salzburg mit CableLink Highspeed Internet zu versorgen, werden bis zum Jahr 2030 weitere 250 Millionen in den Netzausbau investiert. Die flächendeckende Versorgung unseres Landes mit superschnellem Breitband-Internet ist eines der großen Infrastrukturprojekte unserer Zeit. Nur wer Zugang zum besten Internet hat, hat auch wirklich alle Zukunftschancen. Darum treibt die Salzburg den Netzausbau in Stadt und Land Salzburg weiter konsequent voran. Alle, die sich nun für das superschnelle Internet der Salzburger G entscheiden, dürfen sich über ein besonders attraktives Angebot freuen. CableLink mit 20 Mbit pro Sekunde gibt es jetzt schon ab 19,90 pro Monat, inklusive aller Anschlusskosten und gratis WLAN-Modem. Doch damit nicht genug. Alle, die bis zum 30. Juni 2018 einen CableLink-Anschluss bestellen, erhalten Salzburg Spaces Internet und Kabel-TV sechs Monate gratis. Ein Angebot, das übrigens auch für alle gilt, die CableLink zusätzlich zu ihrem bestehenden Kabel-TV-Anschluss ordern. Kabel-TV-Anschluss Kabel-TV-Anschluss